Ja, das fände ich auch mal gut. Was heißt denn hier Kampfhaltung einnehmen? Oh fuck. Ich glaube wir brauchen mal hier langsam eine neue Waffe. Boah, ist das hier eine Prügelei, beziehungsweise eine Schießerei. Wir rügeln uns ja nicht. So. Krass, was geht hier ab? Heftig. War's das? Oder will noch einer? Da kommt er. Schön. Sieht sehr komisch aus, der Zug. Scheiße! Was heißt denn hier Scheiße? Ha! Ich warte nicht. Hallo? Wie kommen wir denn jetzt da rein? Ich hack die Tür von Ende. Was ist das denn für einer? Na klasse. Der hat unseren Kollegen ausgenockt. Die olle Ratte. Muss man nur gucken, wie wir jetzt hier überhaupt irgendwie weiterkommen. Geht hier jetzt weiter? Nein. Wir sind auf uns selbst gestellt. Ja, schön. Achso. Wir können die Tür jetzt hier öffnen. Wahrscheinlich wieder mit viel Kraft. Boah. Du weißt, dass du keine Chance hast, Bastard. Die Westküste gehört uns. Boah, hat der krassen Moves drauf. Boah, der ist ja richtig flink, der Typ. Boah, ich komme gar nicht richtig hinterher hier bei dem seiner Geschwindigkeit. Der beamt sich von einem Ort an den anderen. Boah, ist das krass. So, jetzt erstmal hier ein bisschen Luft verschaffen. Boah, der kann sich... Habt ihr das gerade gesehen? Der kann sich in drei teilen hier. Boah. Was ein Kampf. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie diese Heckschübe gehen. Boah, der kann auch gut mit dieser einen Waffe da umgehen, dass er da immer um die Ecke schießt. Boah, ist das krass. Boah, ist das krass. Boah, ist das krass. Boah, ist das krass. Legt mir ne Waffe, ich hab keine Muni mehr. Gib mir Waffen, Junge, gib mir Waffen Ach Gott, jetzt kommen hier schon wieder andere Probieren wir mal so einen Heckschub aus, ob wir das hinkriegen Natürlich nicht, ich bin zu doof dafür, ich glaube ich muss mir die Tasten hier so ein bisschen anders belegen Da kommt er wieder Was ein Fight Leute, was ein heftiger Kampf Der hat aber eine neue Waffe auf jeden Fall War man erledigt? Ne, ne? Ne, da war er wieder Ich hätte vielleicht doch nicht auf Normal stellen sollen Hoho, ist das krass Wir können auf jeden Fall in diesem Modus hier seine Moves sehr gut verfolgen Ach, die schießen dann alle oder was? Der kann sich ja vielfältigen Was ist das für ein Spinner? Gibt's doch gar nicht Wir brauchen mal gerade hier so eine Pistole Wo ist der? Boah War das krass oder war das krass, Leute? Ich bitte euch War das ein heftiger Kampf oder was? Meine Fresse Wenn sowas noch öfter vorkommt, ey Dann freue ich mich ja richtig auf dieses Spiel noch Entschuldigt, dass ich so leise war jetzt so die letzten Minuten Aber das ist echt ein Kampf hier Oha Ich hoffe, den kriege ich in eine Folge rein Weil das wäre ja schon nice Und wir haben jetzt hier einen neuen Punkt Jetzt weiß ich übrigens auch, was Fehlfeuer ist Das ist ja diese Fähigkeit, die wir bekommen haben Äh Hm, was könnten wir denn dann nehmen? Ich glaube, das ist ganz gut Hier die Dauer zu erhöhen Dieses Dart-Display ist ja Das gefällt mir eigentlich richtig gut Und dann nehmen wir das mal So Wer ist das? Achso Gucken wir mal, wie es hier unserem Kollegen geht Meine Fresse Was für ein verdammtes Chip-Feedback Ich glaube, er hat meinen frittiert Ein niedriger Agent wie er Fuck, ich fass es nicht Durchsäuge am Amt Reis Aufgrund lokaler Sicherheitsprobleme Fährt dieser Zug ohne anzuhalten durch Schatz, da müssen wir nicht hin Los, wir müssen die Steuerung hacken Los Also der Typ ist echt, äh Gruppelos Sir Sir Asparis Security Die Situation ist unter Kontrolle Sie können rauskommen Oh Gott sei Dank Ich dachte Also der Typ ist egal Ist ja